Ich würde sagen, hier vorne, wo ich jetzt rauf gucke, auf den Stein, da ist er eingeschlagen. Ja, aber das kam von Osten, die Schüsse. Kann auch von draußen gekommen sein. Oh, bei mir, bei mir ist er eingeschlagen. Ja, kommt aus Osten, 75 Grad, 75 zwischen 60 und 75 Grad aus der Richtung. 60, 75. Du hast aber nichts verloren, guck mal nach, ob du das reparieren musst, Björn. Du hast ganz schön gespritzt, du hast vollen Treffer hier. Ja, Treffer habe ich nicht gekriegt, nein, das hat einfach Eis gespritzt. Definitiv. Ich habe aber kein Leben verloren. Dann war der Stein, den er vor dir getroffen hat. Auf jeden Fall von hier vorne. Als ich hier richtig rangegangen bin, an eine Kante, hat er geschossen. Unten, hinten. Da, siehst du? Wenn du hier vorne an der Ecke richtig rangehst, an eine Kante, dann schießt er. Das kommt von draußen. Da, wo er mutig gerade stand. Die Ecke. Ja, das Problem ist schön im Nebel. Ja. Das ist aber, das ist aber eine Lemasse, also ich denke mal, wenn wir schnell rüberlaufen. Naja, oder auch nicht. Ich sage, ich höre jetzt zwei irgendwie. Einmal so ein Klack und einmal ein Peng Peng. Ja, das ist doch normal, das Klack, das Klack kommt vor. Meine Bots haben grundsätzlich keine Lemasse. Ja, okay. Kamas. Meine ich ja. Nein, Lemasse meine ich. Aber okay. Der Klick sagt ja, wo die Kugel einschlägt. Ah, okay. Von dir. Und der Schuss sagt ja, von wo das geht. Ah, komm mal, ob ich da nicht rüber will. Nee. Wir wollen den anderen Weg finden. Warum da und den erstmal irgendwie... Der ist zu weit weg, ne? Ja. Ich sehe ihn nicht. Auch nicht. Ich glaube nicht. So 75 ist der. Die zerflecken auf dem Bildschirm. Der ist ja doch aus. Der hat nur einen Vorteil. Es sind zwei Bots. Und davon ist nur einer verwahrt worden. Ah. Aber in dem Moment, wo der eine mit Waffe fällt, nimmt der andere die Waffe auf. Ja, kacke. Was jetzt? Ich muss alle nach hinten gehen. Oh, oh. Oh. Okay, das war nicht der Bot. Nee, das war glaube ich... Nee, das war... Das war... Shadow, ja. Sorgt für Ruhe hier. Danke. Wo war der denn? Ganz draußen im Nebel, an dem Punkt, wo er rauskommt. Oh. Okay. So, geht's vor. Geht's denn wirklich? Oh, warte. Oh, oh. Weit rechts. Ja, geht gut. Sieht gut aus von hinten. Ich weiß warum nicht. Oh, ich weiß warum nicht. Oh, ich weiß warum nicht. Oh, man kommt jetzt hierher gelaufen. Wie geil ist das denn? Ja, ohne Waffe? Ja. Okay. Aber da unten einige Bots sind. Alle rüber, oder was? Ja, wir müssen ja, ne? Ja, wir müssen alle rüber, Martin. Okay. Das ist der schnelle Weg hier raus. Peng. Ah, nee, guck mal, ich. Ich schieße. Immer noch Shadow. Links, links. Hinter dir, Reset. Links. Wie hinter dir? Du. Nee, da sind welche. Ich hab's beim Rübergehen gesehen. Ihr seid voll im Respawn drin. Ja. Scheiße, Jungs, die Zeit, ne? Ja, go, go. Wir kommen ja nicht hoch. Hinten hochgehen, hinten hochgehen. Er ist offen, ne? Er ist offen, ne? Nicht beim Seil. Die ist offen. Ja, die ist offen. Wir müssen rüber jetzt, ja, ne? Die ist offen. Ja, ich komme kein Co. Scheiße. Du kannst drüben bleiben. Ah, okay. Oder müssen wir alle hier raus? Nee, wir müssen, wir müssen in den... Da war umsonst. Oh, man. Oh, man. Das jetzt, äh, Kiste offen ist. Ja. Okay. Ah, da war das bestimmt eben der... Oh. Die Kiste ist offen. Jetzt hab ich zu verstehen. Da war das bestimmt eben die anderen beiden, die hier waren. Na, toll. Die Gagarin Wolken. Wo seid ihr? Runter jetzt schon? Oder wo wird? Ja, aber nicht durchgehen. Ah, aber zum Blauläust. Ja, äh. Oh nein. Der hat mich einfach rausgebeamt. Ich hoffe, es sind gerade keine. Ich warte hier im Nebel auf euch. Kannen wir jetzt runter oder nicht? Warum kommt der Nico eigentlich nicht hinterher? Der eine ist schon durchgehüpft. Noch einer? Noch einer? Noch einer? Da. Einer fehlt noch. Aber der Nico eigentlich nicht. Der Nico, der kommt nicht hinterher. Der ist oben geblieben. Der kommt, der kommt. Okay. Der MOT, Alter. Bei der Kiste ist jetzt natürlich doof gewesen. Eine kleine Enttäuschung. Ja. Gagarin besetzt. Kiste offen. Toll. Ja, ich kann Gagarin mal gucken. Das müsste jetzt frei sein. Das war jetzt ein bisschen ernüchternd. So viel Arbeit für nix. Hm? Na, Gagarin ist keiner mehr dann hier. Die Gruppe bewegt sich. Ja, ist alles gut mit mir. Na gut, Gagarin ist am Ende anderthalb Kilometer von euch weg, ne? Ja. Also so weit ist das nicht. Ums Ecke. Ums Ecke, genau. Endlich muss alle die Deitschwätze kommen da. Ja. Seid ihr sicher, dass der kommt? Ja. Der ploppt gleich auf hier vor uns. Pass mal auf. Ja. Und dann Feuer frei. Dann leckts mir morsch. Legts mir morsch. Also das wäre ihre Kiste gewesen. Ist aber komplett leer. Ja. Richtig geräuberter. Ach man ey. Hab ich endlich gedacht, ich könnte Björn ihn mal ein bisschen aufholen. Ach, das machen wir die Tage noch. Das machen wir die Tage nochmal. Das wäre ja schon. Was ist hier noch Reset? Ja, warte. Ja. Warte. Passt auf Bärchen auf, ne? All dem Respawn, genau. Ei, absolut nicht. Nein, ist weder. Und denkt an euer Siggi Siggi. Wenn es knallt. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Ja, das hatten wir schonmal. Kannst dich erinnern. Dann sind wir auch auf Ice Castle. Dann sind wir auch auf Ice Castle ausgeblichen. Wääh. Ja. Hüttchen, was ist das hier? Feuerwerk. Was ist da oben noch drauf? Und Brennholz ohne Head. Shit. Kann man das nicht aufnehmen. Ah, zu spät. Ich hab dir vor. Ja, genau, Martin. Okay, Martin macht das. Martin, finischen das Papier. Aber alles ist schade. Ein bisschen Brennholz. Niemand hier bringt Martin auf. Ich auch noch mal auf, dass jemand. Ins Gesicht. Doch nicht. Hör doch auf. Geht das schon wieder los? So, ist das alles drin jetzt? Papier und so? Ja. Der heißeste von uns darf zütteln. Da ist doch was zu schütteln. Ach so mal. Klöten wir aber auffüllen. Plonk. Mann, was ist das denn hier? Da tauchen auf einmal Dosen auf. Ja. Habe ich auch gar nicht. Ungefährliche Floddergees. Die sind ganz böse. Die sind ganz böse. Ja, so grün nämlich auch gern. Die machen nämlich müde. Die ist gut. Die machen dich müde, dann kannst du schlafen. Man will uns einschläfern. Ich hätte gern einen Shadow Fox. Herr Kellner. Wir sollten jetzt das gute Wetter nutzen. Und sollten jetzt eigentlich Vollgas geben. Aber ja. Und sollten die Beine in die Hand nehmen, Leute. Und das hier nicht so klippern lassen. Schön, dass ihr Spaß habt. Die Richtung stimmt sogar grob. Ja. Lauf. Lauf. T. 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 Gitt. ... Hai. the wieder nur noch 80. Der Tellt wohl nicht über den Restart. Oben beim Blauen sehe ich keinen. Und ich den Turm daneben auch nicht. Ja, ich denke auch. Der Laufleiter. Ja, sehe ich auch. Der läuft rein. Zwei. Beide rein. Treppen wir den nicht, Alter. Keine Ausdauer. Der ist reingelaufen. Irgendwie. Nee, alles war noch. Gibt es nicht. Jetzt. Da liegt er. Ich glaube, ich habe ihn. Der erste, ne? Ja. Da links lauft der zweite. Der ist gerade links über den Hügel gelaufen. Bei 265. Ja, ich habe kurz den Kopf gesehen. Ja. Zwei. Da ist der Kopf wieder. Zwei. Einer liegt. wieder erwischt der lager irgendwer anders hat ihn erwischt ich nicht also turben ist sauber den habe ich erwischt so war ein stück draußen gewesen zeit des wetter das heißt jetzt haben wir noch die beiden drinnen das heißt wir können gleich rechts abbiegen die kann ich ja von da holen wo ich die gerade geholt habe so 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 drei hier ja sag ich ja drei stunden ich wollte gerade rein laufen zwei springen springen So, ich wäre jetzt hier oben, ich könnte schon schießen. Warte noch, wir sind aufs Seil. Seid ihr da hinten? Oh, ich sehe es aber nicht. Ich sehe es gar nicht raus. Das ist ein bisschen links, oder? Ja. Kann weiter gehen, Nico? Alle da? Ja, ja. Ja, ich halt nicht, aber egal. Ja, wir gucken jetzt wegen den Bots. Wenn du gleich anfängst zu schießen, können wir auch schießen. Weil wir sind gleich auch da. Ja, ich habe keinen Bot, ich sehe keinen. Ich auch nicht. Scheint safe. Na, luftig darf ich verwarmen. Uh. Ja. Und genau auf Süd. Sehn nicht. Oh! Ich auch nicht. Nicht gesehen. Was war da? Ich habe gerade umgemacht. Was war da? Nico hat ihn. Ah. Ah. Aber... Nee, der andere war hinterm Stein. Der andere war hinterm Stein. Hinterm Stein? Hinter welchem Stein? Also genau da, wo meine Füße jetzt hinzeigen. Da muss ich den gucken. Okay. Okay. Da drüber. Siehst du was von oben? Reset? Ich bin nicht mehr oben. Okay. Hinter euch. Oh, er schießt. Ja. Man hört den Schuss wieder nicht. Man hört den Schuss wieder nicht. Ah, okay, okay. Ganz klar. Da rennt er rechts rüber. Man hört den Schuss wieder nicht. Passt auf. Kann sein, dass ich ihn erwischt habe. Nee, der läuft. Nee, habe ich nicht. Genau vor uns, ja. Ihr müsst aktiv werden. Ja. Ich hab ihn getroffen. Jetzt ist er tot. Der war auf jeden Fall mega am siffen, ne? Wie geht's dir, Nico? Da muss ich jetzt mal gucken, weil... Nicht gut. Brauchst du irgendwas? Ja, gut. Und Göttel kaputt. Alles gut. Handschuhe hab ich noch bei und ABC-Klamotten, falls du brauchst, um erstmal überhaupt irgendwas anzuziehen. Ja, kannst du erst mal, Alter. Ja, okay. Ich reparier mal kurz, dass wir... So gerade ist auch nicht viel besser. Das ist sauber. Ja, das ist immer gemein, diese Jungs, die du nicht hörst, wenn du schießt. Ja. Ich hab's auch nur einschlagen hören neben mir, aber den Schuss nicht mehr gehört. Ja. Ja, aber das... Der war ja unter dem Rückenstand, der zu mir. Hehehe. Also der... Rein von der Logik hätte mich nicht treffen können. Außer er hat einen Spiegel und... Jungs, Gewitter auch, ne? Das krummelt. Wir sollten nichts beeilen. Und Bot Respawn, sollten wir auch nicht vergessen. Ja, wobei jetzt immer recht bleibt. Und ich hab ja auch was. Sind ja oben Bordlicht hier oben tot? Ja... Ja... Irgendwann sehe ich mich hier noch runterfallen, ey. Ach, das ist alles. Da darfst du nie darüber nachdenken, dann passierts nämlich. Genau, Empathie, geh doch schon mal runter, mach doch schon mal auf. Jo, wieso? Wir wissen doch, was drin ist. Jo, geht so. Aber ist halt ne blaue Karte drin, ne? Das ist das Wichtigste. Aber nimm auch schön die Nägel mit für Crazy, da der Bauwut ausleben kann. Hm. Artefakt jemand mitnehmen? Ja, brauchst du nicht, dann nimm ich. Nö, kannst du nehmen. Guck mal draußen, ne? Ja, wir geben Gas. Ich muss hier ne Hand nehmen. Ich schnappe jetzt noch die Cola-Dose. Ist Nikro da? Der ist schon raus. Achso. Gut. Ja, war ein bisschen so alleine lassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.